Alles, was wir tun, basiert auf einer Grundlage, dem menschlichen Körper. Dies spiegelt sich in der Form und in der Funktionalität wieder. Bei unseren Designs steht die menschliche Leistungsfähigkeit im Fokus. Daher stellen wir sicher, dass Sie stets aktiv bleiben, sogar im Sitzen. Ein RH-Stuhl folgt Ihrem natürlichen Bewegungstrang und unterstützt Sie dabei, eine aufrechte Sitzhaltung zu bewahren. Ihr entlastet nicht nur Ihren Körper von Anspannung und Druck, sondern hilft Ihnen auch dabei, über den ganzen Arbeitstag konzentriert zu bleiben. Denn für uns bedeutet Ergonomie, Körper und Geist in Bewegung zu halten.